Heute wieder Eberbach, with this guy, and this guy, and this guy. Captain hier und mal in Feucht und Nass. So, Lumberjack. Oh, das ist aber schon, das ist schon ausgefahren als, wo es mal hier war. Oh, Stein neu. Jawoll, und Rollen, super. Rory, da war gerade die Mauer, das hatte bereits jetzt Woody. Und jetzt geht's gleich auf alle Farben. Also Daniel, jetzt zum ersten Mal hier, Respekt. Zwei-Armiger Bandit. Auf Kambelan! Ja, sehr gerne. Danke fürs Mitfahren.